Auf der Suche nach dem Metal Arimane, wie auch immer der heißt. Schön neu ausgerüstet. Da ist eine Bazooka. Oh, aber vielleicht muss ich die Skills noch neu machen. Upsi. Oh, kann ich hier gar nicht. Naja gut, fech. Wie teilt der jetzt so? So. Versteckt euch nicht, ich finde euch ja sowieso. Zack. Zack. Oh. Oh. Yehaa. Boom. Boom. Ja, jetzt muss ich einmal da rein. So. Ah, da ist er doch, der Metal Armeeran. So, ich habe jetzt Korea und die Suki dabei, stimmt ja. Und tschüss. Ja. 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 Und. Ja. Ja. Und. Ja. Du hast du auf Thanos? Ja, du willst. Ja. Es geht nicht. Und du kannst du dich nicht. Ja. Boom, 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 she ist einfach nur mit dem Dinger hier drauf. Und tschüss. Ja, läuft. So, den haben wir schon mal. Da, 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 da. Da, 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 da irgendwie muss ich doch jetzt hier finden ja mührt dann läuft der keller rum als gehöre ihm die gegner hört auf niemanden und regelt alles mit gewalt so Komm schon! So. 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 Haut schreib. Was ist großartig? Was ist geschützt? Zack! Na wo ist denn der? Yeah! Du entkommst mir nichts! Okay ich geh ein stärkeres Schwert! Okay! Okay! Das war's für mich. Nein! Die a pitiful death Das war's für heute. Yes! Na komm schon, das schaffen wir. Irgendwie. Das ist Samantha Moon! Danke! Das war's. Das war's. Das war's. Wow, der hat aber auch gut rein. Nein! Na komm schon! So, dann kommt mal alle mit hier, die jetzt den richtigen Weg suchen. Ja, erstmal muss ich da hin. Schaffst du es hier hoch? Das ist der, den habe ich doch vorhin schon besiegt. Was? Wuhu! Ja komm schon! Mist! Heilt mich jemand! Heilt mich einfach, dann klappt es schon! Nein! Wuhu! 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 Da haben wir ihn! Bitch! So, damit dürfte die Relikt-Örgnis das eigentlich... Ah nee! Den gibt es auch noch. Wo war denn der schwebende Turm? Ist halt ne gute Frage. Schauen wir mal. Wuhu! Wuhu! Ich habe halt in der Karte auch nie eine schwebende Festung gesehen. Wo ist hier irgendwas, was fliegt? Wuhu! 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 Die Freibauernabbel in der Nähe des schwebenden Turms. Wirklich! Ops! Das ist eine große... ...kave. Ich habe jetzt mal geguckt wo das sein sollte, sie sollen irgendwo sich hier befinden. Wir sind in der Richtung. Au. So, irgendwo in der Richtung. Dann schauen wir doch mal. Hmm. 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 Okay. 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 Euchrement. Okay. 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 It's all about to me, see it. It's all about to me. Womit riecht ich denn jetzt gerade überhaupt nach da unten? Oh, come on! Eeeeeeeh! Maaan! verpiss dich wie soll ich die jetzt noch wiederbeleben ernsthaft man ich will die eigentlich jetzt noch finden machen wir jetzt